ab gut zu ernten morgen bis zu anzuschauen zu gut einer neuen Serie mit das ist die starke hat überlegt ich fangen noch um wenn man ja es ist ja jetzt kann das Spiel sondern eine neue Welt an um ich gehe erst mal hier drauf hier habe ich nämlich ganz viele mods aktiviert und sie hier den habe ich aus gerade und ich weiß nicht ob das klug ist ihr könnt ihr mir sagen ob ihr das zuletzt aktualisiert egal auf jeden fall ihr könnt mir dann sagen ob ich das machen soll also das anzumachen hier so aber ich weiß es halt nicht das könnt ihr mir in die kommentare schreiben ob ihr das wollt ich überlege gerade sind da ich nenne mal ja ich nehme einfach mal diese Welt so wie sie ist und ähm stelle etwas ein und zwar nenne ich die son 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 si ti oh nein sit kit ti city sun city youtube oder jahre juhl juhl nenne ich ja also um die stadt heißt um das anzerti aber um youtube einfach so mit denen würde ich mal sagen ja ja sieht alles ganz gut aus und zwar spielen wir hier gerade mit 15 mops es wird im laufe der zeit werden es mehr morts werden also ich werde noch mehr mir holen aber ich hatte gerade keine zeit mehr und es tut mir leid am sonntag glaube ich kam auch mal wieder keine electricity bei mir mit meinem kanal ist ein bisschen im moment etwas irre also ein bisschen durcheinander geht's also für die leute die mich nicht abonniert haben und unbedingt meine folgen gucken wollen ihr müsst mich da einfach abonnieren weil immer mittwochs und sonntags vorbeigucken manchmal kommt es verspätet manchmal früher keine ahnung immer mal so und mal so ja deswegen ich hoffe es geht schnell aha das habe ich nämlich auch eingestellt und zwar mega police null von null also ich brauche keine bewohner dafür wie geht denn das und mega police das ist der letzte meilenstein ich kann nicht mehr weiter ich kann aber noch nach nach hinten guckt da da seht ihr wie viele ich kann die alle mir angucken so das heißt ich kann alles schon bauen hallo 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 ja 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 ich kenne das ja schon alles okay vielleicht war das jetzt so für euch ich gucke mir das gerade mal kurz an wieso sieht das so aus coole mods soll ich das x'n lohnt sich das irgendetwas ist doch noch auf dass die karte hier so aussieht jetzt sieht die nummer aus dabei kann ich das sehen ne aha gut und dabei keine ahnung und da ist mit verkehr also ihr bemerkt hier sind schon drei neue button also mods sind hier auf jeden fall drin ich versuche gerade mal etwas weil es gibt hier ein paar mods ja das geht nämlich hierbei man kann hier so nah bis in die perspektive von den einzelnen menschen ich glaube ich kaufe mir erst mal hier ein paar gebiete kaufen ich habe kein geld aber das ist ja egal mir so ein bisschen kaufen ich kaufe mir einfach irgendwelche wie ihr bemerkt ist das nämlich ein mod den ich da auch drin habe und zwar kostet das also nicht kostet das sondern eigentlich kann man nur drei mal drei das heißt ich könnte jetzt wenn ich hier die alle kaufen würde könnte ich nur hier die und hier die das heißt insgesamt neun kaufen und jetzt glaube ich kann ich 25 äh ne eigentlich kann ich 25 sie ist doch der mod warte ich zähle mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ich kann nur neun nein weil dann hätte ich jetzt nämlich noch hier die reihe erst mal gekauft oh und ich habe hier die das nicht das ist ziemlich doof glaube ich und hier und hier okay dann hole ich mich vielleicht dafür noch einen anderen mod so wieso soll ich auf pause machen mal wieder weiter was haben die denn okay ich werde mal sagen ich fange mal an hier brauche ich das gerade die karte ja ich lasse sie einfach mal da denn ich muss jetzt erstmal ein bisschen ach man nervt doch nicht ich überlege mir mal erstmal hier was ist das kernkraftwerk macht das viel kosten 200.000 ist für mich eigentlich egal unterhalte wo steht wie viel da 640 glaube ich ist das hier das okay hier das macht dann nur 8 ne genau das steht da unten und hier das macht 640 wisst ihr was dann stelle ich auch einfach sowas mal irgendwo hin ich glaube ich klatsche das einfach mal hier hin oh ich muss erstmal eine straße bauen ja muss ich doch wissen eigentlich erstmal glaube ich fange ich hier mit an so dann baue ich mal ich überlege gerade ah da sehen wir ja schon ein paar winkel und sowas alles mods so ich glaube ich fange hier in der mitte an ah ne das geht nicht dann mache ich einfach so oh das ist so cool ich sehe jetzt schon gerade mods also hier bei den straßen auch schon da sieht man ja schon irgendwie so sachen jetzt noch ein bisschen nach da hingehen so hey komm du doofer zeiger du kannst auch dahin gehen genau vielleicht mache ich auch gleich noch einen Zeitraffer vielleicht würde ich in diesem Projekt gar keinen Zeitraffer machen vielleicht wird fast alles Zeitraffer ich weiß es noch nicht Leute dieses Projekt ist so neu da kann sich noch alles ändern aber vielleicht mache ich wirklich einen Zeitraffer jetzt gleich aber erstmal hier hier drauf soll ich gehen ja ach man die nerven das ist so ein anfangsvotorium glaube ich nein ich hab schon mal seine Einführung so ähm dann baue ich hier glaube ich solche Straßen weißt du was ich baue jetzt einfach das Kraftwerk ja ich mach minus Geld ist mir so egal ich hab nämlich unendlich Geld hahaha ich kann mir jetzt einfach alles kaufen was ich will das ist so cool ich glaube ich baue das ey irgendwie back das gerade ein bisschen komm schon geh doch dahin komm schon sonst mach ich jetzt gleich wirklich einen Zeitraffer wenn es nicht anders geht da seht ihr den Winkel dort da zeigte es im Winkel an ich glaube ich mach einfach mal ach mir ist erstmal der Winkel so egal so und jetzt baue ich da erstmal so ein Kraftwerk hin also ich mach erstmal jetzt die Grundlagen und dann mach ich einen Zeitraffer ach man doofes Teil das nervt genau das habe ich schon hier ich komm einfach mal dahin so das sieht ja schick aus so das sieht echt schick aus cool okay ähm wisst ihr was ich glaube ich fange jetzt direkt schon mal an mit dem Zeitraffer und dann wünsche ich euch viel Spaß 2 bis Bis zum nächsten Mal. 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 Ampeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann klick ich hier das an. Ich glaube, das geht auch irgendwie anders. Also, dass die ganze Straße ist. Einmal schnell alles auf 100 Mal. Es wäre auch gut. Und wenn das jetzt im Zeitraum. So, ein bisschen zurück. Zack, 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 zack. andere Sachen. Und zwar probiere ich das hier hinten mal aus. Ich mache mal bei mir die Musik leiser. Bei euch sollte die eigentlich in Ordnung sein. Vom Ton her. Hatte ich ja mal eingestellt. So. Hier das auswählen. Oder nein. Ich muss hier das. Und dann muss ich mal kurz lesen, wo das steht. Ampel setzen. Ich möchte eine weg haben. Und jetzt klicke ich mal hier das an. Ich zoome mal kurz ran. Und nach hinten. Und kann ich auch mit diesen Ampelsätzen auch eine Ampel wegbekommen. Geh weg. Ampel setzen. Zack. Jetzt sind die Ampeln weg. Ja. Das gefällt mir. So. Jetzt gibt es auch noch andere Mods, womit ich mich noch nicht so ganz erkundigt habe. Ob das der ist oder ob es oder ob das ein anderer Mod ist. Äh. Nein. Hier. Ampel setzen. Vorfallshilder. Ah. Gibt es denn hier so Vorfahrt? Okay. Ähm. Das mache ich auf jeden Fall vielleicht in der nächsten Folge. Ich gucke mal hier. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ja. Cool. Und was kann man damit anfangen? Ah. Ah. Ich verstehe. Das ist dieser Mod. Damit habe ich mal ein kleines Toton mir angeguckt. Da kann ich für jede Straße entscheiden, wie schnell man fahren soll. Hier sollte es ja jetzt 50 sein. Und dann kann ich mir noch entscheiden, für welches Fahrzeug. Äh. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge geht lang genug. Die haben Wasserprobleme. Haben wir genug Wasser? Ähm. Eigentlich ja schon. Ich gucke mal nach. Was die da so haben. Wasser. Wasser. Aha. Ah. Die haben keine Wasserprobleme, sondern den fehlten Rohr. Und ich zeige einmal jetzt gleich schnell noch einmal, was ich so alles im Zeitraffer gebaut habe. Also hier das kleine Viertel da. Hier die Hauptstraße da. Ja, ich weiß. Es geht leider nicht. Hier Abwasser und so Rohre. Und hier fängt es also halt ein bisschen damit an. Mit den, ja. Mit den, mit der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob das die Innenstadt wird. Aber irgendwie ist es ganze Zeit Nacht. Ich weiß nicht, ob ich nur so kurz aufnehme, aber irgendwie ist es schon ganze Zeit Nacht. Und das nervt mich ein bisschen. Ich kann ja mal was machen. Ich kann ja mal jetzt so. Ich muss dafür auf einmal so schnell. Eigentlich nicht auf Pause, aber ich versuche mal was. Das finde ich so toll an so einem speziellen Mod. Wow. 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 Ich bin im Park. Und weiter. Ich hoffe, das leckt jetzt mal nicht. Oh. Hier sind Menschen. Oh. Wow. Wartet, Leute. Und dann spielt Fortfahren. Aber nicht so schnell. Nur auf eins. Dann sollten auch Leute nicht so schnell gehen. Ah, da sind welche. Ah. Ah. Okay. Ich kann das noch nicht so gut. Ähm. Ja, das finde ich voll toll hier ran. Und eigentlich sollte man auch mega weit raus zoomen können. Aber ich kann nicht weiter. Das ist seltsam. Ja, okay. Ähm. Kamera. Ich versuche nochmal hier ein bisschen was rumzuexperimentieren. Ah, okay. Ja, okay. Egal. Ich werde mich ein bisschen mehr, ein paar mehr Mods runterladen. Ein bisschen versuchen, das zu fixen, dass es nicht so leckt und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und damit Ich hoffe, euch hat der heutige Folge gefallen. Wenn ja, unter lasst doch ein Like, also einen Daumen nach oben. Dann bis bald.